Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory und einem weiteren Update aus dem Star Wars Raum. In dieser Folge werden wir einige kleinere Dinge machen, zum Beispiel das Coruscant-Mock unten fertigstellen, das Todesstern 2-Mock unten fertigstellen. Wir haben eine Menge Minifiguren, die jetzt an die Wand kommen werden, die neu sind, wo ich euch natürlich sage, wie die Preise sind, aus welchen Sets sie kommen und so weiter. Und wir müssen entscheiden, was mit den beiden richtig teuren Figuren passiert, die ich vor einiger Zeit in einem Roll-Video ausgepackt habe. Let's go! Und hier unten ist der Stand aktuell folgendermaßen. Ihr habt ja gesehen den Hangar, den haben wir in der letzten Folge oder eine der letzten Folgen gebaut. Das Imperial Shuttle steht jetzt hier und dann werden jetzt hier überall die Stormtrooper hinkommen. Die habe ich ja schon in der letzten Folge gekauft, die habt ihr auch schon in der großen Minifigurenarmee für 2022 gesehen. Die werden jetzt alle hier hingebaut und dort seht ihr, da haben mir diese schwarzen Dreiecke gefehlt. Die habe ich jetzt auch nachbestellt, die werde ich jetzt auch alle dort reinfügen. Und vorher werde ich hier auch nochmal ganz vorsichtig mit dem Puderpinsel den Staub entfernen, der sich da noch drauf gelegt hat. Da müsst ihr einen nehmen, der möglichst keine starken Borsten hat, weil sonst könnt ihr Mikrokratzer hier in die Steine reinmachen. Das ist nicht ganz so schön. Einige Zeit später sind jetzt alle Lücken mit den Dreiecken befüllt und ich habe auch hier eine riesige Stormtrooper Armee aufgestellt. Die werden nochmal rearrangiert, sobald ich vorne die Aufteilung mit den Offizieren und den Thai-Piloten und so weiter gemacht habe. Da kommen wir in einer Sekunde zu. Erstmal muss ich mich jetzt aber hier drum kümmern, da habe ich noch einen Fehler gemacht mit dem Abzielen. Ihr seht, ich habe immer drei Lücken gelassen und dann kam die nächste Figurenplatte. Das passt aber genau nicht mit den Clone Troopern hier drüben und ich wollte es eigentlich haben, dass die Clone Trooper genau rüber gehen in die Stormtrooper. Deshalb muss ich es jetzt hier nochmal neu ansammeln und es ist auch ein bisschen schwierig, weil die Stormtrooper, die habe ich jetzt alle hier so als riesiges Feld quasi stehen. Bei den Clone Troopern werdet ihr gleich sehen, die stehen immer so in so Rechtecken drin. Da wird es wahrscheinlich keinen perfekten Übergang geben. Ich gucke mal, wie ich es jetzt am besten lösen kann. Das ist die Lösung, mit der ich jetzt erstmal zufrieden bin. Wahrscheinlich werde ich es irgendwann nochmal umändern. Aber da haben wir jetzt quasi einen Block von Stormtroopern, der direkt in die Clone Trooper übergeht. Wird da hinten natürlich gleich noch fortgesetzt mit den restlichen Clone Troopern. Hier habe ich jetzt vorne noch einmal die Aufteilung angesehen, so wie sie im Film zu sehen ist mit den Figuren. Die kann ich natürlich nicht eins zu eins machen, weil der Platz hier dafür nicht ganz groß genug ist. Wie ich es jetzt aber machen werde, ihr seht dort hinten Palpatine und Vader. Wird direkt dahinter noch eine Reihe von den Dark Bluish Grey Offizieren kommen und dahinter dann nochmal eine Reihe, beziehungsweise zwei Reihen von Light Bluish Grey Offizieren. Genauso wie im Film. Hier vorne haben wir dann die Imperial Gunner. Die habe ich schon, bin ich schon gerade am Bestellen. 20 Stück, irgendwie 70 Euro oder sowas aus Tschechien ist das Künstlichste gerade. Und daneben ist dann eine Reihe von TIE Fighter Piloten. Die habe ich glücklicherweise noch da. Das hier wird nochmal ein Block mit Dark Bluish Grey Offizieren und das ein Block mit Uniformen in schwarzer Farbe, wie zum Beispiel in diesem Mini Sternenzerstörer ist damals eine Minifigur da mit drin gewesen. Hier unter dem Shuttle hatte ich ja keine Fliesen mehr. Das habe ich jetzt einfach mit diesen Fliesen, mit den Einmalzweiern gemacht. Sieht nicht ganz so schön aus, wenn man von weiter weg guckt. Das Ding ist aber, da ist das Shuttle eh drüber. Und bis jetzt wieder die neuen Fliesen angekommen werden, wäre wieder viel Wasser die Weser runter geflossen. Im nächsten Teil des Videos kümmern wir uns um Minifiguren. Jetzt werden nämlich noch eine Tonne Figuren an die Wand neu gemacht. Viele dieser Figuren habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Es wird aber gleich sehr befriedigend sein, wenn die Wand dann auf einmal ganz, ganz viel weniger Lücken hat, weil die Figuren halt alle an den Plätzen sind. Diese Figuren, die habe ich für ein Review rausgenommen oder die habe ich euch schon in der letzten Folge gezeigt. Die werde ich gleich so an die Wand machen. Diese Figuren hier möchte ich euch aber nochmal kurz zeigen, weil da ein paar Schmuckstücke drin sind, beziehungsweise seltenere Figuren. Das ist immer sehr interessant zu wissen. Zum Beispiel haben wir hier einmal einen AT-ST Driver. Das ist die Version, die es damals in diesen Planetensets drin gab, dem hier im Fall von Endor. Das hier ist dann Bib Fortuna. Von dem werden wir jetzt in 2022 auch ein Remake bekommen in seinem eigenen Palast. Dieses Haarteil, beziehungsweise sein Kopfteil ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Extra für ihn quasi angefertigt wurden aus dem Palast von Jabba. Genauso wie dieser Boma-Mönch. Den gab es auch schon im ersten Jabbas Palast. Nur hier hat er jetzt eine Trans-Orange Round Plate drin. Im letzten Set war das eine Neon-Trans-Orange Plate. Das sind ja quasi die Bewohner von Jabbas Palast, bevor er dort eingezogen ist. Wir haben einen Gamoran-Guard nochmal mit dabei, den ich für die Wand brauche. Und auch für das Tatooine-Mock. Zwei verschiedene Versionen von den Sith Troopern haben wir auch noch am Start. Der eine hat bedruckte Beine, der andere nicht. Und es gibt tatsächlich auch noch zwei verschiedene Versionen des Helms. Das hier ist jetzt in dem Fall die gleiche Version. Dann gab es von dem Clone Wars Yoda auch noch verschiedene Varianten. In dem Fall ist es der mit der Kapuze, also der etwas neuere, mit dem grauen Haar. Da gab es auch nochmal ein weißes Haarteil. Genauso wie den Gong-Druiden. Der Gong-Druide war ja der Wahnsinn in Boba Fett. Und von der Schlacht um Umbara haben wir einmal die Sniper Droidekar. Die ist damals in dem AT-RT mit dabei gewesen. Und diesen Umbaraner, den gab es dann in dem Umbaran MHC als einziges Set, wo der mit enthalten gewesen ist. Also auch quasi unmöglich, da mit einer Armee zu bauen. Hier haben wir den TIE-Bomber-Piloten. Der ist in dem Planeten-Set mit dabei gewesen. Wird eigentlich mal wieder Zeit, dass wir einen größeren TIE-Bomber bekommen. Hat ja eigentlich viel Potenzial so zum Spielen. Dazu haben wir auch nochmal einen Rebel-Pilot, in dem Fall mit bedruckten Beinen und dem weißen Helmteil. Genauso wie Kylo Ren aus Episode 8. Einmal ohne seinen Cape und einmal mit seinen Cape. Hier ohne das Cape ist er zum Beispiel im Microfighter enthalten gewesen. Dann haben wir drei verschiedene Snowtrooper-Varianten. Einmal seht ihr hier die Variante mit dem alten Kopfteil und den grauen Händen. Und einmal die mit den weißen Händen. Da haben die dann auch noch jeweils eine Bedruckung auf dem Hinterkopf, beziehungsweise der eine hat noch einen Print. Und die Snowtrooper-Version ohne Pauldron an der Seite mit dem neuen Helmteil und dem Backpack, welches es für kurze Zeit dort gegeben hat. Cool sind auch noch weitere Rebellen-Trooper. Einmal hier aus dem Resistance-Pack mit dem großen Stud-Shooter dran, aus dem Battle-Pack. Und ein Rebellen-Trooper, der tatsächlich das Gesicht von Indiana Jones hat. Ich freue mich auf die Remakes der Sets, die eventuell dieses Jahr kommen könnten. Aus dem Duel-On-Naboo-Set haben wir die drei Figuren mit dabei. Den Maul mit offenem Mund ohne Cape, Obi-Wan ohne Cape und diese Qui-Gon-Figur, die ist tatsächlich relativ lustig. Da könnt ihr umdrehen und dann hat er so ein Uh-Gesicht quasi, als er das Lichtschwert durch den Bauch bekommen hat. Am lustigsten wäre es jetzt noch gewesen, wenn sie ihm diese Kreuz-Augen gegeben hätten, wie damals in dem Videospiel. Und aus dem damaligen MTT gibt es nochmal einmal diesen Droiden, der dann auch so einen lustigen Kopf hat. Das ist die Spitze von dem Stab von Saruman. Aus dem Arch-2-Island-Training, das habe ich damals auch nicht gekauft, gibt es noch einmal die Rey-Version und auch nochmal die Luke Skywalker-Figur mit Stab. Zwei weitere Hoth-Trooper sind auch noch mit dabei. Und dann haben wir hier auch nochmal einen Resistance-Fighter, der in dem Fall wieder dieses aufklappbare Helmteil hat. Man kann ja über Episode 7 sagen, was man möchte, aber diese Helme finde ich eigentlich ganz cool. Von den Jedis haben wir hier Ezra Bridgeup, den habe ich zwar so in der Form schon, nur es gibt ihn einmal mit seinem Helm, Kadettenhelm und einmal ohne Helm. Und ohne Helm habe ich ihn halt noch nicht. Anakin Skywalker aus seinem Jedi-Starfighter ist enthalten, genauso wie Isla Secure aus dem neueren Republic Fighter Tank, den ich damals leider auch nicht gekauft habe. Aus der Java-Sail-Badge ist tatsächlich auch hier Max Rebo, habt ihr vielleicht in The Book of Boba Fett schon gesehen. Das Ding ist, eigentlich hat er gar keine Arme, sondern seine Arme, die mit denen er spielt, sind tatsächlich seine Beine. Habe ich vorher auch nicht gewusst, habe ich bei Rick Notzoros auf Instagram gesehen. Aber das ist eine wahnsinnig coole und teure Figur. Hier auch noch aus dem Galactic Empire Battle Pack ein imperialer Offizier. Genauso wie zwei Shuttle-Piloten mit jeweils unterschiedlichen Kopfbedeckungen, aber dem gleichen Print auf dem Torso. Und endlich habe ich ihn. Das hier ist Chirrut Imwe aus Rogue One. Ich habe ihn wirklich sehr, sehr gemocht. Es gibt auch einen coolen Stop-Motion-Film von Brotherhood Workshop dazu. Also falls ihr den nicht gesehen habt, guckt ihn auf jeden Fall an. Ist auf YouTube. Und er hat halt dazu seine Armbrust quasi oder seinen modifizierten Blaster. Von der ersten Ordnung gibt es noch einmal einen Snowtrooper mit Backpack. Und auch noch den Piloten mit den roten Streifen auf dem Gesicht. Ziemlich cool fand ich hier, dass sie diesen Schlauch dort noch quasi rausstehend gemacht haben aus dem Helm. Wäre cool, wenn sie das bei den Imperialen auch mal machen. Und bei Force Awakens, dem Videospiel, da gab es in der Spezial-Edition die Finn-Version hier. Mit dem bedruckten Torso, wo er dann quasi Sand drauf hat. Wäre cool gewesen, wenn er auch noch seinen Helm gehabt hätte, wo dann diese drei Blutstriche drauf sind. Der war leider nicht mehr enthalten. Eine der ersten Versionen von The Balba ist auch noch dabei. Uiuiui. Das sieht heute schon wesentlich besser aus. Eine Klontrooper-Lieutenant-Figur. Da gibt es zwei Versionen von. Das ist in dem Fall die mit Beinbedruckung. Habe ich nur eine von. Die noch nicht ausgepackt ist aus dem Polybag. Deshalb konnte ich die Beine nicht tauschen. Und aus zwei Adventskalendern haben wir einmal den Schneemann-Imperialen. Und auch noch BB-8 mit Weihnachtsmütze. Eines der lamesten Weihnachtsfiguren meiner Meinung nach. Kein exklusiver Print, nur diese Mütze ist halt drauf. Genauso wie auch noch diesen Droiden. Und einen weiteren Probe-Droid. Der hat halt wieder leicht veränderte Teile. Gibt es auch mehrere Versionen aus verschiedenen Sets und den Magazinen. Und Chief Tarful als Wookiee. Kann man vielleicht auch gut benutzen, um den Wookiee aus der neuesten Star-Wars-Episode nachzubauen. Wobei er nicht ganz den richtigen Fellton hat. Und diese Luke Skywalker-Figur, die gab es in einem San Diego Comic-Con. Beziehungsweise Comic-Con exklusiven Set. Die kann man sich aber nachbauen. Der hat einfach nur ein anderes Gesicht in dem Fall. Und dieser Luke, das ist der aus dem Visual Dictionary, welches damals überholt wurde. Also die lameste Buchfigur, die ich kenne, meiner Meinung nach. Das war das erste Lexikon, bei dem ich die Figur vorne nicht rausgenommen habe. Genauso wie zwei verschiedene Versionen von Vader. Das ist hier eine aus der DVD. Da hat er so eine Medaille dann um seinen Hals. Und diese Version ist nochmal ein wenig verändert worden. Und daher quasi auch als Unique-Figur muss er an die Wand. Und zu guter Letzt Sabine Wren mit ihrem Haarteil. Ich würde mir wirklich wünschen, dass sie nochmal ein Rebels-Set machen. Weil die Serie ist eigentlich echt unterhaltsam. Hier sind wir jetzt auf Coruscant bis auf den acht Figuren dort hinten. Und den coolen Figuren hier auf dem Balkon ist noch nicht so viel los. Diese Figuren sind von Bricks of Maze Custom gemacht. Also bis auf Cancer Palpatine. Da haben wir einmal Senator Orkanda Farr plus Mars Amela dort hinten nochmal. Der hat dann solche Arme quasi als seine Zöpfe vorne vor der Brust. Dann haben wir nochmal einmal Bail Organa in einer blauen Uniform. Und hier hinten wird auch nochmal einmal ein Senator von der gleichen Rasse wie Reyes hinkommen. Den es ja so auf der Sail Barge gibt. Da habe ich allerdings noch nicht den passenden Kopf. Naja und die sollen halt jetzt hier auf die Klonarmee ausblicken. Und die Klonarmee die steht hier noch nicht auf einem ganz vollendeten Pflaster. Da habe ich jetzt die Teile für. Deshalb werden wir die jetzt einbauen und dann die Klonarmee draufstellen. Und wie ihr gerade im Speed Build sehen könnt. Ich musste ein wenig schummeln. Das sind nicht alles 100% die gleichen Klonetrooper. Die sind leicht variiert. Es sind eigentlich auch hier jetzt die Clone Wars Klonetrooper. Also quasi die aus der Serie. Und hier müssen ja eigentlich die aus dem Film hin. Hier sind auch noch ein paar Bombsquat Trooper. Ich muss allerdings ehrlich gesagt sagen. Ich finde es cool wenn da so ein wenig Abwechslung drin ist. Und es ist natürlich auch nicht so teuer. Deshalb werde ich es wahrscheinlich jetzt einfach so machen. Dass ich so ein bisschen Abwechslung mit reinbringe. Hier sind zum Beispiel ein paar Arftrooper. Da werde ich dann halt nochmal 10 Arftrooper kaufen. Damit das Ganze voll ist. Hier drüben wird das dann noch mit Bombsquat Trooper gefüllt. Und dieses Mixfeld hier wird natürlich auch noch ausgetauscht. Ich finde das ist ganz in Ordnung so. Aber ich bin da natürlich immer offen für euer Feedback. Und tatsächlich ist es jetzt soweit. Bis auf ein paar kleine Ecken wo noch Figuren fehlen. Dort hinten auch noch ein paar. Da ist die erste Etage quasi von dem was wir jetzt tatsächlich bauen müssen. Vollkommen komplett. Ich denke das kann man ganz gut so stehen lassen. Das ist jetzt ungefähr die Sichthöhe die man als Erwachsener hat. Wenn man darauf herunterblickt quasi. Und ich denke das ist ein cooler Abschluss. Ich meine eine Minifigurenarmee. Ein Todesstern. Ein Coruscant. Mock. Gut ein Coruscant. Kann man natürlich noch wesentlich mehr rausholen beim Todesstern auch. Aber ihr wisst wie ich es meine. Ich bin sehr zufrieden mit der Optik. Und freue mich natürlich auch wenn da noch die restlichen Trooper auf dem Todesstern stehen. Sobald ich die gekauft habe. So nachdem ich die Unordnung jetzt hier angerichtet habe. Ist es soweit. Die Figuren werden jetzt an die Wand getan. Ich stelle mich mal genau jetzt hier hin. Dann haben wir gleich ein Vorher und Nachher Bild. 3, 2, 1. Let's go. 2 Tage später ist die Wand dann schon um einiges voller. Das sind in Zahlen 79% der kompletten Star Wars Minifiguren Sammlung. Die jetzt hier im Museum versammelt sind. Plus minus natürlich noch ein paar über 900 Figuren. Die jetzt gerade hier dran hängen. Werden auch noch mehr werden. Keine Frage. Ihr seht noch so ein paar Lücken die dazwischen sind. Die werde ich auch alle noch stopfen. Keine Frage. Das wird natürlich jetzt im nächsten Teil ein wenig schwieriger. Weil die Figuren seltener werden. Weil ich dann einzelne Figuren irgendwo herbekommen muss. Und die nicht in Massen kaufen kann. Aber das macht die Spannung hier bei der Serie natürlich aus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Jabba-Figur. Die hängt jetzt da oben dran. Gibt den Figuren da oben leider ein wenig Schatten. Das finde ich nicht ganz so optimal. Vielleicht werde ich ihn deshalb noch nach da unten hin hängen. Dann ist er quasi bei 2014, wo er eigentlich nicht hingehört. Aber er nimmt halt nicht so viel Schatten weg. Wie das hier zum Beispiel bei dem Dew-Bag ist. Gleiches werde ich auch noch mit den Town-Towns. Und auch noch mit dem Boga von Obi-Wan aus Episode 3 machen. Ich habe immer noch keine Lösung dafür gefunden, was ich jetzt genau mit den Lichtschwertern mache. Und den Waffen. Soll ich die Waffen dran lassen? Soll ich sie abmachen? Kommentiert da gerne eure Meinung dazu. Ich habe mich da noch nicht final zu entschieden. Gleiches gilt auch für die Art und Weise, wie ich die Astromech-Droiden einbaue. Das ist jetzt hier zum Beispiel mit einer Jumper-Plate und mit einer 1x2-Fliese. Vielleicht kommt da noch eine 1x4-Fliese. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht irgendjemanden finde, der diese ganzen einzelnen Fliesen bedrucken kann. Mit den Namen der jeweiligen Figuren. Das wäre natürlich verrückt viel Arbeit. Aber würde, denke ich, sowas von cool aussehen. Hier drüben habe ich nochmal neue Jahreszahlen getestet. Das hier ist die ganz normale Weißfarbe von Lego in Fliesen. Das hier sind solche fluoreszierenden Teile, die quasi im Dunkeln leuchten. Dafür reicht das LED-Licht jetzt nicht ganz, um es aufzuladen. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich heller. Das Ding ist, diese Teile sind relativ selten. Und hier sind dann halt Noppen oben drauf. Auch da schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Jahreszahl ihr benutzen würdet. Das ist halt so ein wenig unauffälliger quasi. Und ich mag die Optik mit den Fliesen eigentlich auch ganz gerne. Aber das hier ist irgendwie auch cool. Hier oben die beiden seltenen Minifiguren mit Abstand. Die teuersten an der ganzen Wand sind noch original verpackt. Habe ich im letzten Video erklärt, ich bin noch nicht so lange selbstständig. Ich habe nicht vor, sie zu verkaufen. Keine Frage. Aber falls es mit meiner Selbstständigkeit alles schief geht, will ich nicht einfach Wert verbrennen mit einmal Schnipp-Schnappen machen. Irgendwann werden sie bestimmt ausgepackt für den Anfang. Solange ich noch ein erhöhtes Risiko quasi habe, dass ich es nicht schaffen sollte, werde ich sie erstmal original verpackt lassen. Ich weiß, es ist nicht so cool, wie man sie jetzt aufmachen würde. Aber für mich ist einfach die vernünftigste Entscheidung. Hier hinten kommt eventuell, solange es noch nicht die restlichen Figuren gibt von Lego Star Wars, um das zu füllen, kommt eventuell demnächst noch was anderes hin. Das wird sich aber dann in den nächsten Folgen zeigen. Und damit war es das soweit für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben wirklich einiges geschafft. Unten ist jetzt quasi die ganze Etage fertig, bis auf die paar Figuren, die ich noch nicht habe. Hier oben ist einiges mit dazu gekommen. Wir haben wirklich viel Geld in dieser Folge wieder mal rausgegeben. Aber irgendwann muss die Ausstellung ja hier auch mal fertig werden. Habt einen wundervollen Tag. Wie gesagt, ich freue mich riesig über eure Meinung, beziehungsweise einen Daumen nach oben oder unten. Hier findet ihr noch weitere Folgen. Ciao, ciao.